Ich musste auch noch Besorgung erledigen. Guck mal, da fehlen die Worte. Ja, ertappt. Hört noch auf. Was geht ab? Bei dir funktioniert auf jeden Fall alles, ja? Das läuft ja, ne? Also ich könnte jetzt, ich bin ja im Menü. Ich bräuchte bloß einen Start-Button. Kannst du ja noch ein Ründchen hier Metro mit reinkommen. Hat gerade gestartet. Ich warte halt noch auf Annie, dass der sein Origin wieder laufen kriegt. Was ist denn da los? Ja, der kann irgendwie nicht online gehen. Ich habe jetzt mal Origin rausgehauen und du machst mal neu drauf. Das hatte ich auch mal gemacht. Ja, ich hatte auch mal. Wie gesagt, also bei mir war es damals auch bei so einem Update, dass die Server dann down waren in meiner Umgebung von Origin, weißt du? Und dann ist das so, dann kannst du nur warten, ne? Oder wirklich hatte ich aber auch schon, dass du einmal Origin neu installierst, so wie Origin jetzt. Harte ich auch schon, dass es da wieder ging. Das haben wir alles schon erlebt. Du musst nur, gehst in den Dokumenteordner. Origin ist eh schon runter. Achso. In dem Dokumenteordner bleibt das drinnen. Du musst du ausgeblendete Dateien einblenden und dann sollst du den Origin-Cage, oder in Programme, oder? Das ist den Origin-Cage sollst du löschen. In Programme. Was willst du noch? Zeigst du an, Programm geht auch da. Ich muss jetzt erstmal neu installieren. Ruhig dich mal. Bin in der Warteschlange 3. Ist sehr beliebt, die Map, ne? Ich mache auch immer Spielsuche und dann suche ich immer die Marita-Map. Die läuft immer vor Underground. Dann trete ich erstmal gemütlich der Warteschlange. Dann kann ich noch zwei rochen und dann ist Anagorn dran. Welche auch gut ist es. Die finde ich die Provence. Finde ich gut. Die wat? Die Provence, oder Provence, wie die heißt. Die finde ich auch gut. Achso, ja, geht. Kann man gut campen. Nö, das ist nö, aber die finde ich eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ja, die ist schon gut. Ich kann mich trotzdem nie anmelden. Vielleicht haben sie dich gebannt. Vor uns könnte ich ja eine Runde spielen, dann mitten im Spiel war ich aber schon immer schon da, dass ich offline bin und fertig. Ich muss mal ganz kurz gucken, warum ihr so leise bei mir seid. Ihr seid übelst laut bei mir. Bei mir ist alles leise hier. Das geht ja mal gar nicht. Vor allem auch Sprachschild verbunden. Hat er mir gerade angezeigt, gelb, jetzt hat er wieder grün, 21 Millisekunden. Alter, wo steht denn dieser Discord-Server, Alter, ist der irgendwo in Paris? Ja, das wird auch gerade bei mir hochgelnd. Das war nicht nochmal. Also ich komme jedenfalls nicht an. Martin, ist der hier online? Da müsste man mal seine Daten geben, ob ich mich anmelden kann mit denen. Warte mal, Martin ist... Ich kann dir maximal die Daten schicken von dem anderen Account, den ich noch habe. Oder so. Das ist erstmal der Nickname. Das Passwort schicke ich dann per Handy? Ja. Der Nickname ist... Achso, nee, warte mal. Warte mal, schickt er das gleich per Handy? Ich schicke mal hier per Nachricht, oder kann ich es gleich reinkopieren? Warte mal, was... Wie jetzt per... In Discord oder was? Hm, per Nachricht. Warte, warte, warte. Das erste ist die E-Mail, das wirst du ja sehen, das ist ja gar noch. Hm. Heißt, kommt ja bei mir nicht einmal hier ein falsches Passwort oder so, es kommt ja noch... Ich kann keine Verbindung hergestellt. Mein Passwort musst du mal gucken. Es kann sein, dass der erste Buchstabe groß geschrieben wird. Warum gibt es erstmal so einen? Ich probiere es mal aus. Ich hoffe, dass... Achso, warte mal. Scheiße, ich bin halt im Spiel schon beigetreten. Wie ich jetzt rausgelogen bin. Nee, Metro! Das geht. Ist ja normal, oder? Warte, geht mit seinem Account oder was? Mit dem 2er Account. Dann musst du mal die Programmdata-Dateien löschen. Das hatte ich ja auch schon mal. Die sind versteckt. Ich wähle mich keine ab. Die sind versteckt in Programme. Oder probier es jetzt nochmal, dich jetzt nochmal anzumelden. Naja, mache ich auch. Abteilung. Ach, hier, guck mal. Der René ist online, ne? Den kennst du mich noch nicht, oder? Achso, habt ihr das für die neuen Waffen gehört? Die Typ Hummer. Ja, was für neue Waffen? Verdaten, wir haben Ziel Anton verloren. Ist der Sanitäter, der ist die Typ 100? Die soll gut sein? Die spiele ich jetzt nicht mehr. Oh, 720er Feuerhäuser. Nicht schlecht. Die sind schon, die neuen Waffen sind schon drin. Vier neue Waffen. Und als Sturmsektor, es gab, müssen wir gucken, unter Waffen. Achtung, der Feind kommt mit klaren Ziele. Dann müssen wir... Ich weiß so gar nicht, was da neu ist. Jetzt will ich schon davon. Warte mal, Annie, geh mal in... Ich hab ne M1919A6. Kann das sein, dass die neu ist? Die ist, glaube ich, auch neu, ne? MNG? Geh mal auf Lokaler Totenträger. Dann spielen wir die jetzt einfach mal. Dann machst du ausgeblendete... Ne, ja, ausgeblendete Elemente. Also Ansicht, ausgeblendete Elemente. Äh... Nordenhagen reinmachen oder was? Genau. Und dann zeigst du unten an, Programmdorter. Ja, ich muss ja... Muss ich erst mal in Programm reingehen oder wohin? Ne, Lokaler Totenträger bloß. BC, ne? Oh, die hat auch 200 Schuss. 250. BC, und dann? Programmdorter. Genau, das zeigst du am Programmdorter, ne? Ja. Du hast mir den Arm gerettet. Dann? Wieso? Wieso? Dann hast du EA-Core, EA-Loks, ne? So, so. Und du löschst, oder? Löschst du EA-Loks? Elektronik-Arts löschst du? Dann muss ich erst mal bei Urschlägen reingehen oder in den Ordner, oder? Ne, du siehst doch dann hier Programmdorter, wenn du draufgehört bist, ne? Ne, EA finde ich jetzt gar nicht. Ach, hier EA-Arts zählst. Dokumente, oder nicht? Unter Dokumente. Ne, ne, unter Dokumente. Lokaler Totenträger. Ja, EA-Arts zählst, also Elektronik-Arts. Ja, bestimmt, weil du das neu runtergeladen hast. Das löschst du. Das Elektronik-Arts löschst du? Ja, das löschst du. Und dann siehst du noch den Origin-Ordner. Den löschst du auch, oder? Den löschst du auch, und dann tust du das, tust du mal, ähm... Hast du irgendein Reinigungstool drauf, was dir die Registrierung reinigt? Ja. Und sonst ziehst du die MC-Cleaner. Ja, genau, das meine ich. Kann ja nicht sein, muss doch so gehen, Alter. Ich kann mich halt mit deinem Account durch anmelden. Ja, das sind andere Log-Dateien und alles. Das ist ja klar. Das hatte ich auch schon mal. Weil die Ordner löschst du nämlich nicht beim Deinstallieren. Du kannst es probieren, du willst den Papierkorb noch lernen, kannst es probieren. Jetzt muss es aber noch passieren, du musst dich jetzt nochmal neu anmelden oder nochmal neu installieren. Hast du ja auf dem Rechner drauf. Ja, ja. Also ich kann den David noch recht geben. Ich habe alles Mögliche an so einem Scheißen auch schon gehabt. Da habe ich das nämlich auch gemacht mit dem Scheißer. Ich habe das auch schon mal gehabt. Ich weiß. Das ist nämlich versteckte Ordner, den siehst du ja so nicht. So, bin ich jetzt noch drin? Ja. Ich probiere das mal aus. Bist du hier in dem Team? Ich bin... Wir haben das Ziel erobert. Na, warte mal, wo bin ich denn? Stößt du nämlich gerade mal die neue Knochen? Warte, ich schmeiß den Pirelli aus dem Trupp, dann kannst du rein. Warte mal, ich muss mal den Zaun ein bisschen runternehmen. Ah, scheiße, jetzt war ich weg, weil ich ihn nicht aufgewachsen habe. So, den habe ich rausgeschmissen. Komm rein, hier in den Anton. In welchen? In den Anton? Ja. Jetzt soll ich dabei sein. Genau, er greift nichts, da ist er ja. Ah, ist das... Ein Feuerstrom ist da so leise und hier ist das so laut, ey. Wir verlieren, kämpft Hertha! Ey, ich habe dich befördert, das wollte ich nicht. Macht nichts, ich kann dich zurückbefördern. Ziel, Hertha ist den Feindeshand. Jo, danke. Achso. Ich dachte, du bist dann auch irgendwie, dass du mehr Punkte machen kannst oder was, keine Ahnung. Ich wusste nicht, was die meinen mit Befördern. Ja, zum Squad Leader. Ja, jetzt testen wir mal die neue Knarre. 720 Schuss. Irgendwo. Ich habe die 250er MG. MMG. Mhm. Das ist geil, dass du das gesagt hast jetzt, ey. Ich habe das überhaupt übersehen, wa? Irgendwas jetzt? Ich spiele schon den ganzen Tag hier und habe nicht gewusst, dass da neue Waffen sind. Ich habe das bloß vorhin gesehen, weil ich mir einen Mailer wieder angehobt habe. Also von Saeg war. Da macht er immer sich Videos. Gehe trotzdem näher. Brauchst du. Mal abmelden, mal abmelden, neu starten. Alles schön gemacht. Läut dir mal einen CC-Cleaner runter und tu mir die Registrierung reinigen. Ja, das kann doch nicht sein, um ein CC-Clean. Mach doch einfach mal. Mach doch jetzt nicht Haufen Zeug, nur weil dieser Mist nicht geht, du. Ja, dann kann ich es aber auch nicht ändern. Warst du dich nicht aufregen? Nee, nee, deswegen rege ich mich trotzdem auf, weil das einfach auch so oft zu funktionieren hat. Alter, ich habe gerade eine geile Position, Mann. Komm, ist das Update da, funktioniert immer, dann müssen wir mehr ein. Ja, komm, jetzt können wir hier links rein. Links? Ach, da sind sie schon, unsere. Jetzt auf einmal sind sie doch wieder so weit vorne. Ich wollte hier links durch. Genau. Watt, wo ist er? Äh, Koff, jo, jo, rennen einige rum. Na, egal. Muss ich erst mal in die Waffe gewöhnen, jo. Ey, da habe ich vorhin mein Bier bestellt. Das kam jetzt erst vor einer halben Stunde, alter. Oder 20 Minuten. Ach, ja, dein, dein, dein Schweizer... Dein Flaschenpost. Flaschenpost. Äh, habe ich 20 Uhr oder 19 Uhr 30 bestellt. 120 Minuten Lieferzeit, aber ist egal, ich konnte es überbrücken mit V-Plus-Energy. Ich habe mir einen Kasten Kuchen rüber bestellt. Hm, warte mal, ich bin da wieder drauf. Wie seid ihr denn drauf, schreibt der eine? Hast du gesehen? Achso. Ja. 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 Das war ja jetzt eine Scheißrunde. Weißt du, wo ich hab' ich jetzt meine Haufen. Ja. 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 Oh, jawohl. An die Waffe muss ich mich erstmal reinfetzen. An die Sunny-Waffe. Ich hab gerade mal einen Kill gemacht. Ach, ich bin jetzt auch bei der erstmal. Aber jetzt hier so Metro und Marita sind geile Maps dafür, um die Waffen hochzuspielen. Ja, das stimmt. Deswegen, ich join jetzt Marita und danach kommt dann wieder Metro. Kann ich schnell noch eine rauchen gehen, bis das losgeht hier? War das Schlange 1? Du wahrscheinlich dann 2? Ich bin nur 2, genau. Es geht schnell. Siehste, jetzt bin ich schon drin. Jetzt kann ich nicht mal in Ruhe rauchen gehen, verstehst du? Aber ist egal, zur Not folge ich dir gleich wieder. Ich gehe jetzt trotzdem in Ruhe rauchen. Mach mal. Aber dann habe ich mich jetzt auch mal weiter. Ich gehe jetzt nicht bis hin. ues. Vielen Dank. 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 Oh, du assi, Aldo. Ich bin wieder rausgeflogen gewesen. Du? Du? Ja, war auf einmal wieder beendet. Oh, je Mist. Du bist drin? Ja. Boah, Alter. Die Knoppen, die Knoppen, die Knoppen sind übers geil. Die Knoppen sind übers geil, die verziehen die überhaupt nicht, oder? Die neue. Ja, die Knoppen sind übersetzt. Ja, ich bin getroffen. Ja, konnte ich jetzt nicht anvisieren, Mann. Aber das ist ja auch mal wieder rausgekommen. Aber diese Scheißeroberung. Aber diese Scheißeroberung, das zieht sich immer so, der Mist. Müll, also. Ja. 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 Man. Das geht nur für die Eier. Da sitzen irgendwelche hier rechts oben, ey. Scheiße. zeit fleißig rüber der holt sich hier schön kills ich bin alle die knochen ist doch scheiße echt ist mir ist den ganzen tag gar nicht aufgefallen ist rückzug weg so jetzt habe ich die ersten kill aber wieder oben bei c irgendwo das geht nur das spiel bei raus hier scheiße oben so ein mist wird voll schauen machen oder das ist mir zu langweilig was spielst du dann am liebsten meistens truppe eroberungen weil das geht schnell schön schnelle runden hängst halt nicht auf einer karte warum machen wir das gleich hier jetzt schon weiter jetzt wird es aber hart 4 5 1 3 das spiel ist der omi hier scheiß knochen die haben sie da auch verändert wieder ich mag die immer noch ehrlich ja mann die haben sie auch wieder verbessert ich kotze das an mit dem mit dem skin bei mir bei mir haut ständig dieses dieses blöde landleben skin drauf muss ich jedes mal umstellen das ist so zum kotzen ja ich muss auch immer manchmal muss ich immer neue visiere drauf machen ich hoffe dass jetzt weg ist ich habe hier komplett golden liegt noch aber ich habe keine lust das wieder inseln einzustellen nach jeder runde ist das weg ich bin nervig oh ja die geht besser also kann da ja niemand kleben hügel hocken ja dann läuft es ja gleich wieder her also da kann ja niemand in den kopf noch rufen da ist zu erste hilfe läuft Junge Ich komm zu dir, ich bring dir welche Hier wo ich jetzt liege ist Moni Warte mal, das war's doch gar nicht Ach jo Scheiße Soll ich Und hinten, jetzt wird ich gekriegt Nein, die sind hier unten Oh, die Knochen leer, Alter Scheiße 15,5 Hätt ich's mir schön sparen können, den Schleil Ist ja irgendwie wieder genommen Scheiße Der steht da hinten zwischen unseren Leuten Hast du's gar nicht gesehen Und der schießt mich Nicht so sparen Wieder der da hinten, Alter Da hinten ist ein Sniper am Hügel Halt nach sowas Es war doch ein Feind, ich glaub es nicht Ich stand neben ihnen, er hat nicht geschossen Ich hab nicht geschossen Da wollen wir schießen an Feind, Alter Ich hab gedacht, das sind unsere Leute Das wär jetzt schön, wenn wir ne Artillerie hätten, ne Aber da ist noch ein bisschen Luft Ja, da ist noch ein bisschen Luft Wenn es so läuft, dann macht das Spaß Diese Omi ist wirklich die beste Knarre und der MP28 Das ist scheinameriker Wir haben das Problem mit Oshigen Wie gesagt Ja, aber das komische ist, dass Seins bei dir funktionierte Das hat was mit dem Account Ja, aber das hat was mit dem Account Mensch, diese Fatser, Alter Entschuldigung Das hat was mit den Log-Dateien zu tun Die sind in der Registrierung verankert Und die kriegst du nicht leicht weg Ich hab gelesen, dass es manchmal geht, wenn du nicht die E-Mail nimmst Sondern die ID Ich bin geliefert Hilfe Dann kann es auch funktionieren, aber die hab ich nicht Das weiß ich nicht Hallo Vorsicht, oben sind sie Auf dem Hügel hinten Oh, Scheiße, steht der noch links Das was Den hab ich, aber jetzt hat der von oben mich Ja, jetzt hat der von oben mich Oh, Scheiße, steht der noch links Das war allerdings erst mein zweiter Kill Bei mir läufts noch nicht ganz so Mit der neuen Waffe, aber Kommt gleich Welche hast du denn genommen? Diese Tybonot? Ich weiß nicht, wie die hieß Für den Munitionierer die Achso, ne, das weiß ich nicht Irgendwann M1919 Irgendwie so Kann das mit den neuen Waffen Das weiß ich erst seit heute, das hab ich schon gar nicht gewusst Alter Hat der Busch hängen, Alter Boah, 99 getroffen Ist klar Erschossen Erschossen von Afterjucken Ehrlich? Ja Afterjucken hat mich gegüllt Von Afterjucken, also das ist gut Nur genau hier Nur ich sehne gerade Er hat 12, 13 Das ist wie Montana Black Geile Name Wie Montana Black sich nannte bei COD Bei COD nannte sich Montana Blackmar Als ähm Clan Tag Bin Und den Rest immer nur am wichsen Und den Rest immer nur am wichsen Das war ohne schlecht Afterjucken Da liegen sie rum, die Assis Da liegen sie rum, die Assis Ja klar Voll reingerannt Du bist ein Typ, Alter Wieso? Ich weiß es nicht Du rennst da vorne rum Ich... Scheiße, ich wollte dich wieder beleben Aber Ich hatte eindeutig 5 Hunde zu viel Durch die scheiß neue Waffe Weil ich damit noch nie gehofft Ich leg mich da hin Und warte auf die Leute Weißt du Du rennst einfach da drin Oho Voll einfach Blablabla Weißt du Sprengt er sich erstmal ein bisschen Was hat er gesagt? Wer? Eini Ich hab den Walsh gehört Weißt du nicht? Ich hätte mir einfach den CC-Kleger mal runtergeladen Und das Ding mal durchlatschen Und dann laufen lassen Ich würde die jetzt flankieren Ich fände jetzt an der Seite her Willkommen zurück, Soldat Zwei hab ich Du kriegst mich nicht mit deiner Scheißkanade Oh, es rutscht hier runter Oh, Kackvögel Du kannst jetzt auch Übrigens hier Ähm Dieses Schlittern Kannst jetzt auch anpassen Auf irgendeine Taste Was vorher ohne ging Okay Du musst es ja vorher doppelt drücken Beim Rennen Ich hab den noch nie gemacht Das verinnert praktisch Typisch Wo schießt denn das her? Stopp jetzt her Der ist zu Erste Hilfe Fuck Boah 22-10 Das kürzt mich an Da soll es doch Soll es doch Soll es doch jemand auf der Jugend Immer noch Schreibtal Immer noch Schreibtal Immer noch Schreibtal Mein Lock juckt doch Du ist ein Typ ey Granate runter Soll wir ein bisschen mehr Rauch machen hier Die Kunden Scheiße Panzerbrocken Wer ist denn? Ja Ist ja schritten Ja Stirb Oh ne Oh Die Späutenalber Ich sterbe Ich brauche Hilfe Oh Begit Naja, ich geh auch gleich. Was? Zu B. In der ewigen Jagd gründer ein. Nein. Wer war das? Machst du das? Nein. Lang gemacht. Die ganze Truppe bei B. Ich hab doch gar keine Brand... Hä? Ich hab gar keine Brandneute geworben. Aber ich hab einen Kill gekriegt dafür. Naja, ist doch gut. Ruhig atmen. Ich pfleg dich zusammen. So. Den haben wir. Ich geh mal schnell pissen. Jo. Scheiße, ich muss meine Maus auch noch einstellen. Lang gemacht. Oh, scheiße. Ich hab bloß noch zwei Schuss. Oh, es springt ja nicht mal hier hoch, das Spreuten. Ich mach's ja effe noch. Ich mach's ja effe noch. Uh, fuck. Ich dabei. Ah, scheiße. Ah. Jetzt müssen wir schnell den Maus eben stellen. Habt ihr noch? Hä? Ich war am überlegen wo er kommen könnte. Scheiße. 2812 hast du dir schon geholt. Alter, hast du Afterjucken oder was? Ich bin übel schlecht. Ich bin übel schlecht. Jetzt bist du aber abgegangen. Oh, fährt einer Traktor? Heute machen wir es aber nicht, oder? Scheiße, ey. Wir brauchen Flaggen. Wir hatten so gut aufgeholt. Schülz. Oh ne, die ist zu weit. Nehmen wir C oder was? Warte mal. B ist so viel näher hier. Sechs Meter. Links. Aber warte mal. Die holen sie doch schon, oder? Die holen das schon, ne? Oh, scheiße. Da liegt hier im Pelsen das Schwein. Gehen. Wir werden spawnen bei mir und holen sie selber. Du musst wissen wo er liegt. Naja, der liegt die ganze in der Nähe. Liegt da drüben. Oder Lag. Der liegt da nicht mehr. Das Schwein. Warte mal, schreien wir hinter sie an. Los, 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 steht der Traktor hier oben. Amor. Habe ich den nicht erwischt? Das war nie so alles. Hä, wohin denn noch einer? Oh scheiße. Die Sau. Ist er weg? Oh, erschrocken ey. Sehr schön, das Ding haben wir, jetzt haben wir wieder fast drei Flaggen. Hier oben, oben. Aufpassen, da ist Gefahr. Boah, das springt der hier nicht hoch? Boah, das geht, der ist nicht mehr in der Lage so beschissen Felsen hochzuhoben. Außer Hüfte, Alter, geht ja nicht mit dem Ding. Alter, das mache ich im Stand mit einer Kiste Bier und der Kralle. Du kannst ja Artillerie anfordern, ne? Hilfe! Ich könnte es da eigentlich auf A, ne auf A. Würde ich nicht, würde ich mich für C aufheben, wenn die kommen. Hier ist Häser gehört jetzt doch. Den Bauer. Wir haben halt so A machen, warte mal auf. Oh, die sind schon da. Boah, scheiße, jetzt sind viele. Oh, die sind schon da. Da kriege ich noch Aufdrehen. Lang gemacht. Och man, 49 nur. Uh, meinen Lieblingstall habe ich gerade erreicht. Ich muss mit der Waffe erstmal noch ein bisschen üben, ey. Schwein, Alter. Halt, den kann ich holen. Ich versag deine Wunden. Drück der durch, Alter, ich renne dort extra hin. Ich rufe nur, rennen sie. Wuff, wuff, wuff. Ah, die sind ich wieder bei A. Das macht auch runter und Granate rein. In die Bude. Ah, natürlich kein getroffen. Alter, schmeißen wir noch einen rein. Ah. Lang gemacht. Alles gar kein Problem. Läuft bei dir. Ja, dann krieg ich schon Aufdrehen wie Sau, Alter, wenn das einmal läuft. Wie Sau. Wir juckt die Rosi. Die Rosette. Alter, ich musste mal feiern, Alter. Da haben wir, habe ich für Haustechnik so Bartarmaturenscheiß ausgeliefert. Und dann stand da echt Rosette verchromt. Als Artikelnummer. Alter. Alter, was soll ich da verneiden? Das ist ja ein Blachflaschherrteil. Ehrlich. Ja, besser als verkeiltet, du. Kann man jetzt verloren oder was? Sieht so aus. Mit 75. Scheiße. Meine Karte gefällt mir auch nicht. Das geht mir über den Sack. Ich glaube auch kein Scheiß. Die 15 stört mich. Die 5. Reich kann ja bleiben, aber die 15 scheiße. Wenn das hinten zweistellig wird, das kätzt mich einfach nur an. Der Schwitze kommt heute bestimmt auch noch. Pass mal auf. Nein, glaube ich nicht. Oh ja. So wie ich den kenne. Kann ich mich nicht vorstellen. So wie ich den kenne. Guck mal, der hat gesagt. Äh. Warten das. Das war kurz vor 8. 4 Stunden. Das heißt, im 12 ist er da. Rang in acht. Macht der denn den ganzen Tag, sag mal? Ja, schwitze? Ja. In Arbeit. Ja, morgen nochmal und dann noch so Feiertag. Bei uns ist erst Freitag Feiertag. Ja, da müssen wir wieder gehen. Da haben die schon keinen Brücken dort. Ja. Aber es war eigentlich gut. Also jetzt, wenn das immer läuft, dann ist es ja nicht schlecht. Aber wenn die Runde ewig nicht läuft, ist das übelst nervig. Ach so, wenn du schöne Punkte kassieren kannst, ist das schon gut. Hä? Was ist denn das? Hä? Was ist denn das? Das sieht ganz anders aus. Hä? Haben die was verändert? Hä? Ne, ne. Das sieht bei mir ganz anders aus als sonst. Alles wie immer. Du bist nur hinter C gespawnt. Wahrscheinlich bist du sonst immer von A gekommen oder so. Ne, gerade in dem Leutebildschirm war das ganz anders aus. Es war so verschoben. So von der Seite so das Bild, dass sie über die Häuser gucken können. Ist ja jetzt auch so, guck mal, früher konnten sie nicht bis hinter dem Gebäude bei C rennen, ne? Jetzt können sie ja in das Gebäude rein und bis hinter rennen. Ja, weil sie zu viele auch beschwert haben. Das war ja auch scheiße. Aber ich mochte das Gecamper, Alter. Wir haben hinten gehangen und gesnipert. Ich hab nur schön MG 42, das war gut. Ja, schön in die Granate reingehängt, halt gut. Ich renne rein bei B. Ich auch. Mach links rum. Ich geh rechts rum. Rechts ist gar nicht. Ich will, ich will nicht scheiß. Ah, einer ist da, Alter. Ich hab den... Ach Gott, da hängen alle hinten drin. Scheiße, Granate rein. Da wollte ich eigentlich hin, verstehst du? Ich bin geliefert, Hilfe! Wir haben jetzt genügend viele gesichert, um den Kampf zu kontrollieren. Aber in die Muni-Küsse steht. Man muss gucken, dass ich jetzt immer wieder... Oh, ist voll fast... Warum ist denn der so weit hinten, der Idiot? Da sind die beliebtesten Trupp-Mitglieder hier. Das rennt sich in der falsche Richtung, oder? Nee, ich muss doch da hoch. Mann! Hä, was finde ich jetzt bei C? Naja, weil der Typ hier, bei dem wir spawnen konnten, so weit hinten war. Weil wir Bertha noch nicht gehabt. Scheiße. Dieses Gelatsche geht mir, das ist immer übelstens der Nerven. Ja. Wir verlieren in der Schlacht an Boden. Übernehmt die feindlichen Ziele. Oh Mann ey, wir müssen ein echt schleuniges Bertha holen. Ah, das ist abgekämmt wieder. Das finde ich ja gut, dass die Panzerabwehrgranate gar nicht so viel Schaden macht. Ich konnte noch flüchten. Ja, die dauert ewig in die Hocke. Oh, das könnten die die Treppe abliegen. Oh, ich hol' den Medic. Ah, da bin ich. Bei mir horkelt das Spiel heute so. Was ist denn hier los? Oh, lass' ich mir den Medic kommen. Ach nee, jetzt kommt der runtergerannt. Ey, überleg' mal, wenn die von oben schon runtergerannt kommen, ne? Da macht das Team nicht genug Druck. Normal müssen wir die zurück pushen. Jetzt kommen die. Ach, hör auf ey. Das ist kein gutes Team. Boah. Da hat sich ein Team, das ist so durchgerannt, Alter. Da kam keiner mehr durch, woher. Bis zum Schluss standen die am Ende. Ja, das ist scheiße. Genau. Zum Glück war ich im Winner-Team. Boah, Alter, ist alles voll, ja. Das gibt's doch gar nicht. Wieso ruckt denn das wie Sau, ja? Das ist übelst am Hakeln heute. Ich weiß auch nicht. Bei mir läuft das heute besser wie nie, wa? Ey, wie nie jetzt davor? Der Ping springt nicht mehr. Anscheinend haben die was gemacht. Ja, irgendwie lag das bei mir. Das Önis-Prägstück wie da und ein. Oh man, ich schläf schon meine Granaten hier raus. Hier, erste Hilfe, schade nicht. Hä? Nichts, ja. Mensch. Oh, die haben mich erschrocken, Alter. Da die jetzt auf einmal schon da kommen, ey. Glaube ich doch nicht. Das macht grad Gehensprache bei mir. Das leckt. Das kommt gleich. Das ist nicht feierlich. Das quetzt mich an. Ich muss mal die Grafikeinstellung zurücksetzen, ja. Oh, jetzt kommen wir erstmal nicht mehr durch. ... ... ... ... ... Ach man, ich war so weit. Was ist denn jetzt wieder? Was ist denn jetzt wieder?